Jetzt habe ich mit 35 Glück gehabt, dass ein ehemaliger Teamkollege sein Abschiedspiel hatte. Dann habe ich noch einmal im Bahnstadion gespielt, wo 50.000 Zuschauer waren, ich habe sogar ein Tor geschossen. Meine Eltern waren auf der Runde, meine Kleine waren dann auf dem Platz, da kamen alle Träume noch einmal in Erfüllung, weil da war ich der glücklichste Mensch auf der Welt.